Klappe zu und die neue Laura ist da. Ja, ich bin Laura Maria Weber. Ich bin neue Host des Pott und Vodkas What the Finance und wir haben ein ganz großes Ziel. Wir wollen euch finanzfit machen und da freue ich mich total auf spannende Expertinnen, Gästinnen und natürlich auf Kolleginnen aus der Finanzwelt und ich freue mich total, wenn ihr reinhört und reinschaltet und dann würde ich sagen, legt finanziell los, seid dabei. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.